So, willkommen zurück. Heute habe ich mal drei Produkte für dich mitgebracht, die du dir jetzt im April 2023 und fortfolgend in deinem eigenen Dropshipping-Shop verkaufen kannst. Das sind alles Produkte, die entweder ja viel geklickt wurden, die oft geliked wurden oder die einfach ja viele Impressionen haben. Das heißt, die Werbeanzeige haben schon ganz, ganz viele Leute gesehen und basierend auf dem kann natürlich Rückschlüsse ziehen über deinen Erfolg von so einer Werbeanzeige. Deswegen habe ich diese Produkte für dich mitgebracht, werde die kurz ein bisschen gegenüberstellen, was die Vorteile der einzelnen Produkte sind, was der Einkaufspreis ist, der Verkaufspreis ist und welchen Gewinn du theoretisch damit auch machen könntest. Bisschen was zu der Nische sagen an sich selbst. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt mit dem ersten Produkt rein starten und das ist ein isolierter Kochtopf. Sehr, sehr interessantes Produkt, einfach ein Wow-Produkt, hat bestimmt noch keiner von euch vorher mal so gesehen. Der macht tatsächlich Kochen im Bett möglich oder halt an schwer unzugänglichen Stellen. Das heißt, wenn man einfach keine Küche hat, keine Herdplatte oder sowas, das ist ja für die Leute, die zum Beispiel Outdoor oder viele halt unterwegs sind, wo sie dann vielleicht nur eine Steckdose haben oder schnell einfach gehen muss, kann man so ein Produkt dann eben wunderbar anbieten. Es hat auch eine Wärmeableitung an der Unterseite, sodass das Ganze auch nicht überhitzt. Das heißt, man könnte theoretisch sogar aus dem Bett heraus kochen und es würde auch kein Brandfleck entstehen, weil man eben diesen Wärmeschutz an der Unterseite hätte, diese Wärmeableitung. Damit macht es das natürlich perfekt für einerseits natürlich Studenten, die jetzt nicht irgendwie eine eigene Küche haben, einfach schnell mal was kochen möchten oder einfach gemeinsam auf dem Tisch. Das heißt, wenn man einfach seine Freunde einlädt und das soll so ein bisschen wie Raclette sein, wo jeder sich einfach so ein bisschen was kochen kann. Wenn man einfach so einen spaßigen Abend hat oder so wie Fondue, kann man jedem so einen Topf hinstellen und jeder kann für sich kleines was einfach kochen oder irgendwas schnell anbraten. Einfach so in der Hinsicht. Oder halt für die Leute, die halt viel unterwegs sind und einfach keine Herdplatte mitnehmen oder mitnehmen können, die können sich einfach diesen kleinen Kochtopf eben mitbringen. Damit kommen wir auch schon zu den Preisen. Wir haben einen Einkaufspreis von ca. 25 Euro. Das ist das, was wir recherchiert haben. Wenn du jetzt die normalen Preise nimmst, wie du sie jetzt bekommen würdest, ohne besondere Konditionen, dann bist du ein bisschen teurer. Wir haben jetzt recherchiert, dass so ein realistischer Einkaufspreis für Dropshipping einfach bei ca. 25 Euro liegen würde. Den Verkaufspreis haben wir jetzt mit 59,99 Euro angesetzt. Das ist für so ein Produkt, was ja auch elektrisch betrieben wird und was letztendlich auch in diesem Pfannenherdbereich ist, auch ein realistischer Preis. Das ist auch ein fairer Preis. Natürlich sprechen wir am Ende von Protopreisen. Das heißt, da gehen auch 19% Umsatzsteuer für dich dann weg, sodass wir dann auch einen möglichen Gewinn nach Adam Riese von 25 Euro pro verkaufte Einheit kommen. Natürlich noch Marketing und alle anderen Kosten werden davon noch abzuziehen. Ist ja logisch. Das heißt, das ist der Preis jetzt mal rein. Wenn du einfach nur Verkaufspreis minus Einkaufspreis machen würdest, dann würdest du auf diese 25 Euro ungefähr kommen, die du dann für dich netto verbleiben würden. Ja, die Nische sehr, sehr interessant, weil Küchen und Haushalt immer sehr, sehr gefragt ist, auch dieses Jahr wieder. Das ist also eine sehr, sehr gute Nische. Zum anderen ist es auch einfach ein cooles Bauprodukt, weil man hat sowas noch nicht gesehen, so einen einzelnen Kochtopf, der einfach so elektrisch betrieben werden kann ohne Herdplatte. Lädt einfach zum Scrollstoppen an, wenn man durch Facebook oder durch TikTok gerade am Scrollen ist. Und ansonsten bietet es natürlich auch Potenzial, weil man es unter verschiedenen Aspekten verkaufen kann. Erstens, du hast keine Herdplatte. Zweitens, du willst einen geselligen Abend haben. Also auch für Leute, die viel unterwegs sind, die viel reisen, jetzt nicht auf Geschäftsreise sind oder sowas, sondern die halt einfach so privat viel reisen. Für die könnte das ein cooles Produkt sein. Zweites Produkt. Und das ist bestimmt nicht ein Produkt, was für alle ist, aber ich finde es super spannend. Und deswegen möchte ich es dir auf jeden Fall mit vorstellen, weil es auch sehr, sehr gut verkauft wird. Also wir haben einen Konkurrentshop gefunden, der macht sechsstellige Monatsumsätze tatsächlich mit diesem Produkt. Und dadurch ist es natürlich sehr, sehr spannend. Deswegen möchte ich es dir nicht vorenthalten. Du kannst natürlich deine eigene Meinung dazu bilden, ob das was für dich ist oder nicht. Und damit, da handelt es sich um Parfüm mit Pheromonen. Und Pheromone kennst du vielleicht, wenn du jemanden gut riechen kannst. Das heißt, jeder Mensch hat so einen eigenen natürlichen Geruch. Und der wird dieses Pheromonenparfüm eben nochmal verstärkt. Das heißt, das kann den natürlichen Geruch von uns Menschen und das Produkt ist einerseits für Frauen als auch für Männer erhältlich, eben steigern. Das kann somit dazu beitragen, dass man zum Beispiel die Attraktivität einfach höher wahrgenommen wird als Frau oder als Mann. Dass man sagt, hey, guck mal, man spürt sich mit diesem Parfüm an. Und andere Leute können einen einfach besser riechen, kommen dann auf einen zu. Das ist so der Hintergedanke, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie das ein Konkurrent bewirbt. Sehr, sehr spannendes Produkt. Vielleicht nicht was für jeden, aber ein Umsatzpotenzial ist auf jeden Fall in dieser ganzen Beauty-Nische. Deswegen das dritte Produkt, was ich dir gleich vorstellen werde, ist auch in der Beauty-Nische. Ist immer da. Also was um Beauty geht, Parfüms, das verkauft sich immer sehr, sehr gut. Parfüms an sich natürlich jetzt nicht. Also wenn du jetzt hergehen würdest und einfach ein Parfüm von, weiß ich, Gucci oder Dior oder sowas selber verkaufen würdest, da ist ja klar, da hast du keinen Vorteil. Aber hier mit den Pheromonen ist was Spannendes, hat man vorher nicht gesehen. Einkaufen kannst du das Ganze für schlappe 5,11 Euro. Ist also mehr oder weniger geschenkt. Verkaufen könntest du es für 14,99 Euro. Auch hier wieder natürlich ein Bruttopreis, sodass dir ungefähr 15,89 Euro, also 16 Euro Marge verbleiben würden. Auch ein sehr, sehr nettes Produkt. Theoretisch könnte man vielleicht sogar für 19,99 Euro verkaufen. Müsste man mal durchprüfen. Aber auch so ganz grundsätzlich hat man eine nette Marge. Ist einfach ein cooles Produkt. Hebt sich mal komplett von dem allen ab, was man sonst so im E-Commerce macht. Ist einfach was Spannendes, Neues. Was natürlich dann auch einen interessanten Effekt hat auf uns Leute. Also gerade diese ganzen Sachen mit Pheromonen und natürlichem Geruch. Ist natürlich auch einfach ein spannender Bereich. Dann ein drittes Produkt und das ist ein sehr klassisches Produkt. Das sind magnetische Wimpern. Du kennst das vielleicht selbst für die Frauen unter euch, die jetzt hier zuschauen. Bei Wimpern, normalerweise so muss man draufkleben. Dann hat man diesen Kleber, dann hat man Klebereste. Man muss mal schauen, dass man da nichts verklebt. Am Auge ist es auch relativ heikel, mit solchen Stoffen dann auch zu agieren. Und bei den magnetischen Wimpern ist eben der Vorteil, wie es der Name natürlich dann auch schon sagt, dass die einfach perfekt an der richtigen Stelle halten. Dadurch, dass sie sich eben dieses Magnetprinzip zum Zunzumachen, man selber nicht irgendwie anfangen muss, irgendwie was rumzukleben, erstmal zu schauen, da rumzufummeln. Sondern es wirklich sehr, sehr easy einfach ist. Die dann einfach halten. Man kann sie sogar auf die eigene Augenbreite eben anpassen. Nur so, dass man auch nicht überstehende Wimpern oder sowas in der Hinsicht hat. Und besonders praktisch, im Lieferumfang ist auch direkt noch eine Wimpernzange mit inkludiert. Und das heißt, man bräuchte theoretisch gar keine eigene. Ja, Beautybranche auch immer sehr, sehr spannend. Längere Wimpern, vollere Augenbrauen. Das sind eigentlich Sachen, die will fast jede Frau haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das sind sogenannte Evergreen-Produkte. Das heißt, das sind Produkte, die sich eigentlich immer gut verkaufen. Weil das so All-Time-Klassiker sind. Weil jede Frau sich eigentlich immer sowas in die Richtung wünscht. Das heißt, Produkte, die selbstredend ein sehr, sehr hohes Potenzial hat. Weil du eigentlich fast jede Frau, die es so ein bisschen für das Thema Beauty oder für das Thema Wimpern interessiert, damit auch abholen kannst. Oder Leute, die professionell zum Beispiel sich darum kümmern. Oder irgendwelche Beauty-Studios gehen. Das ist natürlich auch die perfekte Zielgruppe für so ein Produkt. Weil die natürlich das Wimpernkleben kennen. Die kennen das Problem. Und damit ist es natürlich auch ein hervorragender Problemlöser. Weil jede Frau, oder fast jede Frau wird das Problem eben kennen. Dass man diesen Kleber hat, dass das verklebt. Dass es einfach unangenehm zu handeln ist. Auch hier haben wir einen relativ entspannten Einkaufspreis von etwa 4,80 Euro. Alle Preise, die ich hier nenne, sind übrigens mit Versand. Das heißt, da kommt kein Versand mehr on top. Einen Verkaufspreis haben wir jetzt gesehen bei einem Konkurrenten, der auch mit diesem Produkt sechsstellige Monatsumsätze fährt. Von 39,99 Euro. Auch wieder ein Bruttopreis. Da kann man bestimmt noch ein bisschen runtergehen. Ist aber auch ein fairer Preis. Für magnetische, nicht überteuert. Sodass wir dann beim Bruttopreis von 39,99 Euro landen. Wie gesagt, und somit einen möglichen Gewinn. Und damit sind wir hier auf Platz 1. Vom Gewinn her von 25, nee sogar 28,81 Euro landen. Das heißt, wir können ja nochmal einen wirklich guten Gewinn machen auf der Strecke. Weil das Produkt natürlich einfach ein interessantes Problem eben auch löst. Und in einer interessanten Branche unterwegs ist eine interessante Nische, die eigentlich relativ zeitlos ist. Also nochmal zusammengefasst. Wir haben den isolierten Kochtopf. Sehr, sehr spannendes Produkt. Cooler Problemlöser. Wir haben das Pheromonenparfüm. Was immer was komplett Neues ist. Was man vorher noch so gar nicht gesehen hat. Was auch spannend ist. Und sehr, sehr gute Umsätze bereits fährt. Und für die Leute, die es ein bisschen klassischer mögen, haben wir die magnetischen Wimpern. Die auch ein zeitloser Klassiker sind. Weil jede Frau möchte es haben. Von daher ist das eigentlich fast mehr oder weniger mit Umsatzgarantie. Wenn man den Shop und die Werbeanzeigen richtig umsetzt. Stichwort Umsatzgarantie. Wenn du das Ganze eben vernünftig machen möchtest. und da jetzt nicht Zeit und Geld verschwenden möchtest, mit Sachen rumzuprobieren, die am Ende vielleicht so gar nicht funktionieren. Oder einfach lernen möchtest, wie du genau solche Produkte mit sehr, sehr hohem Potenzial für dich auch finden kannst. Wie du die erkennen kannst. Wie das genau aussieht. Dann melde dich bei uns einfach unter econventures.de für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch. Lass uns einfach mal miteinander sprechen. Wir können dir ganz genaue Strategien mit auf den Weg geben. Wie du ein richtiges Produkt finden kannst. Auf was man da zu achten hat. Wie man das genau macht. In Werbeanzeigen. Dass dann auch einfach viele Leute kaufen. Man sich einfach ein profitables Business aufbauen kann. Bis dahin freue ich mich dich hier im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dein Johartan.